Nö. Warst du der Thomas? Nö. Du hast mich auf den Kill. Du musst dich ja nicht entschuldigen. Du musst dich jetzt gar nicht schlecht fühlen, weil du warst ja nicht der Thomas. Ich fand's lustig. Chaos war auf der Welt genauso geil wie die anderen Rollen. Das war ja so frech da. Warum sollte ich mich mit dem Thomas schlecht fühlen? Mach ich mir. Du hast mich fast noch getroffen. Ich meine, Julie hat sich ja ganz schlecht gefühlt. Schauspieler hat sich das natürlich runter, als wäre es nicht. Du wolltest dich falsch halten, ja. Du hast dich schlecht gefühlt. Die ist aber nicht so aufgebaut wie die Originale. Hier gibt's extra Räume. Ich hab mich wirklich schlecht gefühlt, weil ich jetzt zweimal dir einen Klick gegeben habe. Ja, ich war fräck. Das war auch nicht mein Absicht. Du hast ein Hai oder ein Wal oder was ist das? Ein Orca. Sag ich doch. Ach, die ist ja nett, die Map. Ein Killer-Hai oder ein Wal oder was? Ein Orca, sag ich doch. Ein Killer-Wahl. Der will auch. Wie meint das? Auf dem Pool-Boden steht B. Knechti, bist du wegen dem Chaos wirklich ertrunken? Ja. Ich bin unter Wasser gewesen, hab einen Deadringer angemacht, wollte dann hochschwimmen. Da hab ich aber schon Schaden bekommen. Und dann ging das Chaos an und auf einmal bin ich wieder runtergeschwungen. Das ist eine traurige Geschichte. Das ist auch wirklich. Kreativ. Also, wenn ich auf dem Fallschaden hätte mich hier gerettet. Vor allem hat Maru mich ja nicht mal angeguckt. Er ist dann halt weggerannt. Oh nein. Ich bin Detective, ihr Schweine. Ihr tut, was ich euch sage. Was ist denn da los? Nicht daran, dich umzubringen. Weil ich der Detective bin. Ihr habt gefälligst zu tun, was ich befehle. Okay, was befehlst du, Meister? Ich befehle, alle schießen auf. Knechti. Habe ich gerade zuerst gesehen, den Namen. Alois passt tot. Irgendwer hat das gerade. Hey, nein, ich war das nicht. Randomart. Ich glaube, es ist das Knechti. Ich muss nachladen. Knechti, rieb mich gleich um. Moment, hier ballern mehr Leute. Ja, auf mich wohl. Was ist mit der Leiche hier? Knechti, ist alles gut. Ich werde mal vorsichtshalber auf dich schießen, weil ich nicht weiß, ob du böse bist. Okay, du warst böse. Die ist echt. Was mit der da ist, weiß ich nicht bei Julie. Der Detective hat aufgeräumt. Stimmt. Hast du auf einen Traitor geschossen, Mel? Ich habe auf einen Wege geschossen, weil er auf mich geschossen wurde. Kannst du bestätigen, dass Mel auf irgendeinen Größen geschossen hat? Ich kann bestätigen, dass Mel geschossen hat. Ja. Weil er auf mich geschossen wurde. Auf Shoshi habe ich geschossen, auf die Leiche, die du konzentriert hast. Was ist jetzt hier vor Gericht, Mel? Ich würde immer noch gerne wissen, wessen Leiche das hier ist. Aber der Dete hat uns doch eine Aufgabe gegeben. Okay, folgendes. Es kann ja nur noch Julie oder Mel sein. Das heißt, ihr müsst es austragen. Nein, ich will Mel nicht. Aber Mel, Mau, das ist die Drecksau. Ist es Mel auch? Ne, Mau, Mau. Jetzt habe ich ihn geblockt. Dann mache ich aber den Sack zu. Oh, dein Mensch. Oh, Mann, Mau, kommt doch mit 100 Bananen um die Ecke. Oh, die Töne. Ich bin gerade raus und er blockt meinen Telepon. Mein Telepon ist an dir, ey, ey. Das ist aber richtig, ey. Du bist so ein Trolloclur. Warum tönest du mich denn? Warte mal, aber ich habe mich getötet. Doch, ich war doch als Vendetta da. Ah, so, die Vendetta. Ja, du stehst mit einem Knife vor mir. Wo soll ich denn wissen, dass du mir die nächste Vendetta... Hä, wieso rennst du in mich rein, wenn ich mit dem Messer da rumrenne? Woher soll ich denn wissen, dass du 150 km harschmeller... Ja, warum soll ich dich denn töten? Es gab doch gar keinen Grund dazu. Ach, Vendetta brauchen keinen Grund. Die machen das einfach. Ja, nächstes Mal, wenn ich Vendetta bin, töte ich dich, okay? Na gut. Ja. Gut. Hat jemand irgendwie an die Tülle Falle gestellt? Oder warum bin ich da explodiert? Einen Explosionsfall habe ich nicht gestellt. Ich bin in eine Bernfalle gelegt. Kriege ich hier keine Bängerrollen. Ich bin irgendwie nur explodiert. Ich bin gestürmt. Keine Bängerrollen. Ich weiß, die Bängerrollen kriegt immer Klo heute. Keine Bängerrollen. Ich würde nicht, ich bin Traitor mit Klo. Hier ist eine Bängerrolle. Traitor mit Klo? Oh Gott. Traitor mit Klo bin ich. Ich kann jemanden umbringen und dann einfach unsichtbar gehen. Au, 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 au. Das musst du erst mal schaffen. Hui. Muss ich erst mal schaffen, Julie. Oh, da, du tue. Wenn die gerade hier vor mir rumfliegt, um es einfach abzuschießen. Wir haben heute Schäfte gemacht. Na, weil du da jemanden im Klo erschossen hast, deswegen halte ich mich mal zurück. Weil ich da drauf springen wollte. Und jetzt springe ich auf die Tür, weil die ist es nicht. Das Ex-Entschuld ist es nämlich nicht. Er war nur Siede-Ticke. Also ihr beiden, ihr Mel und Baloui. Einer von euch beiden hat es explodiert. Ja, beide. Chaos. Wer macht denn immer Chaos? Baloui, Baloui ist es. Baloui, der hat hier jemanden gerade. Chaos, immer. Der hat den Dete getötet und da in der Ecke ist auch noch ein... Ja, ist es nicht. Nein, nicht... Dankeschön, wer über mich da geredet hat. Ich habe den Traitor hier in der Ecke erschossen. Keine Möch, Mensch, halt, geh doch weg. Warte. Warum schießt Smaggy auf dich? Smaggy ist tot. Smaggy liegt hier. Was ist das für eine Kiste? Moment, aber Smaggy wollte mich erschießen. Ja, eben. Da hinten war eine Mora-Spiele. Dann habe ich der Bühler da angelegt. Du hast mich gerade mit einer Mannigart angeschiffen. Ihr hättet das aber ein Baby rausgeworfen. Das geht schon nicht. Ich wollte auch mal, dass man was macht. Baloui auch. Und Shoshi ist gerade am Scho... Nein, ich schieße das kleine händige Vieh ab. Wie redest du über Baloui? Der Tag, wo ich Baloui klein nenne, ist, ne? Der muss ja noch geschrieben werden. Ich glaube, Dalu ist auch böse. Nein. Ich habe... Ach ne, der ist leer. Warum, ihr lebt wieder? Das ist ja frech. Das war nicht absichtlich. Ich bin possesst. Ich bin wirklich possesst. Er ist hier draußen. Jawohl. Gabriel kann keine Waffe. Keine Chance hier. Also der Entwickler hat sich leider gedacht. Bei Cloak, wenn man X spammt, ist man direkt sichtbar. Da macht man keinen Coolarm rein oder so. Man ist solch mit unsichtbar sichtbar. Ja, weil du spammst. Okay, aber wer spammt... Natürlich, ich muss, Maggie, ich stelle dir mal auf den Ballern. Und dann... Wer spammt denn? Also es funktioniert ja immer. Weißt du, was ich meine? Du hast ja nicht irgendwie, dass du... Während du schießt, kannst du es nicht benutzen oder so. X funktioniert ja immer clean. Ja, aber ich drücke X. Weil ich dachte, Dalu hat Juli gekillt. Nein, Juli wurde von einem Traitor gekillt, der rechte Ecke stand. Das habe ich nicht gesehen aus meinem Winkel. Ich war ja fast tot. Ich habe den Traitor geguckt und den Traitor gedürcht. Juli, das war ein scheiß Timing von meiner Sicht. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, ja, alles gut. Aber weil du jetzt auch noch gesagt hast, Dalu hat Juli gekillt. Oh, alle hier drinnen. Nein, nein, ich sagte, weil ich dachte. Ach so, ja, okay, ich bin ein Traitor geworden. Wie sieht es bei dir aus? Sieht düster aus. Na, schlecht. Dalu, bist du ein Traitor geworden? Nee, ich bin ein Detective, aber ich wäre gerne ein Detective Sidekick. Ja, ich auch. Was ich da stehen könnte? Verstehe. Juli, möchtest du irgendeine Traitor-Waffe haben? Ja, rück mal was raus. Warte, ich mache kurz die Tür hier zu, damit Maro nicht sieht, was ich dir gebe. Ach, mach bitte, was ihr da wollt. Okay. Boah, das hier wird ein super Ding für dich. Okay, ich freue mich, geil. Viel Spaß mit dem Spaß. Danke für die heiße Luft. Okay, Max, hier schleicht... Ich habe dir noch keine heiße Luft gegeben. Da liegt nichts. Ich sehe hier nämlich jemanden die Füße. Du hast gerade mit Geld durch die Gegend geflogen. Da fliegt Papier hinter uns. Wie, ich habe dir heiße Luft gegeben. Da ist nichts. Da war die Tür zu, verdammt. Ja, ist so. Warte, dann hier. Ja, sehr, sehr gerne. Guck mal, und zwar ist das so. Danke schön. Hola, Jui. Kein Problem, kein Problem. Das ist so ein bisschen wie Among Us. Wir haben zwei Trader, der eventuell einen Dekan, der eine Sidekick mit einer Diegel schießen kann. Das hörst du manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, das ist so laut gerade. Das hält mir. Man muss halt so ein bisschen labern und gucken, wer sind die Bösen, wer sind die Guten. Wir haben ihn. Der Trader ist tot. Shut up and take my money. Ich habe noch einen Trader. Von einem Baum wurde es gekillt. Ich habe eine Bananenbombe, große Bananenpartei. Dado ist zum Beispiel Sidekick, das sieht man unten. Ich bin ja jetzt tot. Bananenpartei bei Louis. Komm auf mich. Nein, Danus. Das funktioniert aber auch nur mit einem neißen Team. Warte, ich mach die mal kurz. Also das Spiel funktioniert auch nur, wenn das Team geil ist, weil du musst halt sehr viel labern und so. Und es muss schon so sein, dass die Leute nicht einfach reinhalten, dass die Innocents quasi wirklich nur gucken, okay, bin ich mir sicher, dass der eine Killer ist oder nicht. Also nicht so einfach blind reinhauen, weißt du? Dann macht es echt Spaß. Und die Truppe ist ziemlich geil. Also es bockt schon ziemlich hart. Es gibt mittlerweile ein paar YouTube-Videos. Ich bin selber, also das ist das erste Mal. Also nicht heute, sondern generell. Das ist die erste Lobby, mit der ich überhaupt DTT spiele. Ich habe es damals bei Hand of Blood und Vlesk und Kutscha und so geguckt. Ich habe das übelst gefeiert. Ja, das ist super lustig. Das ist Gary's Mod, so ein bisschen wie Counter-Strike, ne? Das ist super lustig gemacht. Das kriegen wir jeden Montag eigentlich regelmäßig. Letzte Woche war Donnerstag ausnahmsweise, aber eigentlich jeden Montag. Das bockt übelst. Wie gesagt, gibt auch ein paar YouTube-Videos. Schaut da gerne rein. Also klar, manchmal sind die Runden so ein bisschen ruhiger von meiner Seite, weil ich selber dazu lerne. So ein bisschen die Rollen, so ein bisschen die Fähigkeiten, die Maps noch kennenlernen muss, die Waffen, die ganzen Fähigkeiten, die man kaufen kann als Detective. Weil der Detective, also du hast immer so einen Shop, wo du kaufen kannst. Die Trader und die Jekylls haben das, aber auch der Detective, also die gute Rolle hat einen Shop. Übelst lustig. Das Knechte hat Maxi, also Maxi hat Knechte getötet und ich habe dann Maxi gekillt und gesagt, ich habe Knechte getötet. Wie gesagt, an dieser Stelle hier gerne mal auf YouTube gehen. Checkt das Video ab, gibt immer wieder aktuelle YouTube-Videos. Schaut euch die Runde an, das macht übels wie Spaß, sobald man einmal die Gruppe fühlt. Das ist super lustig. Wie gesagt, da ist viel die, also da sind viel die Charakter wichtig in dem Game. Also das Game bietet halt die Grundlage für wirklich ein lustiges Hin und Her. Ich bin zum Beispiel Detective. Entschuldigung für... Ich kann jetzt shoppen. So, das ist mein Shop. Entschuldigung mit Mirror, jetzt habe ich gerade... Ich habe gerade einen Taser. Ich habe hier Geschäfte-Knechti. Ah, Smaggy ist Chaos. Er kriegt jetzt Flashback. Ich bin nicht Chaos, ich bin Detective, dass ich hier auch gerade... Die hat doch gerade... Ich bin Chaos. Smaggy ist stillgeblieben, als Chaos angemacht wurde. Er war so richtig so... Also müssen sie sich kurz konzentrieren, nichts zu drücken. Ich könnte dich töten, aber ich töte dich nicht. Hier. Toll, dankeschön. Halt Abstand, sonst schieße ich dich ab. Behind you. Jemand wurde behind you. Von Maru, glaube ich. Behind you. Von Maru. Von Maru. Von Maru. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alles gut. Ich habe zwei Leben. Ich bin... Ich bin... Wo ist der Börder? Ich brauche Hilfe von euch. Es muss Dalu sein. Hilfe. Jemand hat die Kröten losgelassen. Echt? Lass die Kröten los, Leute. Oh no. Oh no. Nein! Oh, sorry. Jawohl, doch, doch. So ein Blutbad. Shoshi? Nö, ne. Ne. Du hast vergessen, dass ich einen Wronghack habe. In welchem Klo ist sie denn? Ist draußen. Ich schmück da mal draußen. Oh moin, sie ist unsichtbar. Ich schmücke ein bisschen. Lass mich an Weihnachten. Oh. Ah, die geht... Wo ist sie? Naja, aber nicht. Okay! Ja! Hallo! Ja! Hallo, ist ja gut! Alter, wie oft bin ich da, du zuerst Traitor werden? Oh, Maru, I'm sorry. Äh, Maru war's nicht, by the way. Sag mal, Maxi, hab ich dich eben gekillt? Ich weiß gar nicht, wer das war. Ja, ey, wie bist du... Hätte ich glaubt, du wärst, damit ich dich mal konzentrieren kann. Julie ruft um Hilfe. Es kommt jemand zur Hilfe. Julie ritt weg und lässt die Hilfe alleine sterben. Das war wieder ganz toll, Julie, wirklich. Dankeschön an der Stelle. Ein klassischer Wendal. Kann ich sagen. Julie, ich weiß nicht, Julie hat irgendwas gegen mich. Das ist ja eine persönliche Fäde oder so. Was hab ich getan? Die gibt's ja zu genüge im TTT. Ich hab den Weg getötet. War das nicht... Hast du keinen Bock, mein Geburtstagskonzert dich so sehr verabschreckt? Tut mir leid. Nein, es kam Festung. Ich war zufrieden. Abschreckt. Traitor mit Breach. Ich töte jetzt Balloon nicht. Wer ist denn immer Chaos? Los, ja, Chaos. Bruder. Ich bin zu unfähig, während Chaos zu laufen. Kannst du einfach stehen bleiben. Ja, dann krieg ich wieder irgendeinen Schuss ab. Ich versteck mich jetzt in der Klo-Kabine für den Rest der Runde. Er hat durchfallen. Kannst uns das alle machen, einfach wie Shorsi. Ich war, ich war letzte Runde draußen. Achtung, Achtung, Fass. Ich muss detonieren. Shorsi hat gerade auf jemanden gesniped, by the way. Maggie, schieb's nicht an. Ich hasse ihn. Julia hat als erstes auf mich geschossen. Oh, da wurde ein Deadweaker angemacht. Ich habe Smaggy mit Mirror weggeknipst, weil er wollte mich töten. Ja, ich habe nur Mirror angewacht. Ihr müsst nur den Knopf drücken. Warte, Smaggy. Er ist der da lauf. Er ist der da lauf. Ihr müsst mich retten. Leute, wir sind doch ein Team. Er hat irgendjemand anders getötet. Leute, wir sind ein Team. Ihr rettet mich. Smaggy hat irgendjemand anders dafür abgestattet. Ich habe Smaggy rausgeholt, ja. Wieso? Warum ist das hier eigentlich zu? War das nicht eben noch ausgedrückt? Was ist hier eigentlich los? Warum sind alle tot? Ein Clip von der Traitor-Kolle. Man, wer ist die tot? Hey, wieso ist das jetzt wieder auf? Ihr solltet mich wirklich nicht töten. Ich komme wieder raus. Kannst aus dem Traitor-Raum endlich raus. Nice. War nicht im Traitor-Raum. Hast du das Kompon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon. Nice, hier komme ich eh nicht wieder hoch. Ich komme nicht mehr runter. Julie, ist es? Au, Dalu schießt mich an. Komm mit dir runter. Das ist eine Frechheit. Nee, ich möchte aber eigentlich... Du kannst mich hier nicht rum, okay, Maru? Du kannst mich oben umbringen, wenn du mich umbringen willst. Dann gehe ich auch wieder hoch. Confirm? Ich bin nicht im Klarsch. Ja, confirm selbst. Oh, okay. Hä? Aber was? Ich habe doch gesagt, ich war nicht im Traitor-Raum. Hast du jetzt umgebracht? Ja. Aber es war nur ein Manipulation, nein! Hä, was passiert da? Warum glaube ich dir? Maru. Aber du stirbst nicht, oder? Nö. Du kannst jetzt, dass ich eh nur bin. Ah, das ist das am Rand dann? Ja. Ah. Jetzt testen wir dich auch noch. Was ist das denn? Wild. Ich hoffe, es ist kein Tränerfall. Ich weiß es nicht sicher. Ich mache mal kurz draußen die Fässer weg. Das kann herkommen. Schön, dass du sagst, du weißt es nicht sicher, während ich in dem Ding drin stehe. Ich fühle mich richtig gut. Darf ich wieder raus? Ja. Oh, ja. Wir sind beide inno und die sind draußen über die Tür. Ja, dann... Ich... Da ist eine Banane. Da sind ganz viele Banane. Eieieiei. Aha. Ja. Ach, schade. Das war meine Chance, wo du mir runn war. Das war so ein richtiger Brainfart von mir gerade. Am Anfang habe ich doch sogar direkt Dalo gecallt. Ja, ich weiß. Auch wenn ich nimmer weiß, warum eigentlich. Ich habe ja auch beobachtet, wie Julie den Traitor Smeggy getötet hat. Ja. Jedes Mal, wenn ich eine Leiche detekte, habe ich danach einen Schuss von Dalo der Fresser. Ich habe dich nicht abgeschossen, du hattest eine explosive Mine in der Hand. Ich habe einfach E gedrückt. Ich habe gar nichts in der Hand gehabt. Du hattest eine Schildkröte oder so deiner Nähe. Die habe ich in der Hand gehabt. Nö, Maru ist mir mit der Schildkröte in der Nähe gelassen. Ja, und ich habe dich gezündet. Ja, Maru. Und Manipulation Knife hier, ne? Das Manipulation Knife hat geklappt, ja. Ich habe mich kurz selbst gequestioned. Ich dachte, ich hätte mein Maid gekillt. Achso. Der Knecht hat sich ja auch direkt umgedreht und Eno gekillt. So, was geht? Nee, ich habe keinen Eno gekillt. Wen hast du da getötet? Hallo ist Traitor. Achtung, es wird... Oh, Mann. Es ist mal wieder Chaos. Ich muss hier raus. Die Waffe voll doof. Shoshy hat gerade schon wieder irgendwas... Ich habe eine Negev in der Hand. Du hattest zwischenzeitlich nichts in der Hand. Ja, richtig. Weil ich nichts hatte, du Nase. Du Nase. Boah, was eine... Also direkt umbringen. Lass dir das nicht gefallen, O. Ein in den Pool. Ein Kostall wurde zu stören. Der Pool ist auch immer böse. Das war Maru. Wo war denn dein Kostall, Maru? Darf man hier eigentlich... Im Männer-Klo? Na, da ist Shoshy. Da kommt Shoshy. Nee. Ich bin da nicht gewesen. Ich stand hier daheim. Ja, komm ich gerade nicht. Knechti kommt aus dem Männer-Klo. Wo ist denn? Ach, da ist ein Männer-Klo. Knechti ist aus dem Männer-Klo gekommen. 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass er ein Super-Villain ist. Zwecki redet wieder nicht, er muss sich wieder übel konzentrieren, Traitor zu sagen. Ja, ich konzentriere mich wirklich, weil ich folge die ganze Zeit Baloui. Er rett mich. Er rett mich. Er ist ja schnell. Sie ist anstrengend. Das Wettrennen geht leider nicht. Nix, Maru. Die ist ja noch schlimm. Klar, mach mal was da. Knechti found the body of Maru ist Jakal. Das heißt Knechti ist jetzt der neue Jakal, der hat nämlich sein Mater gekillt. das gesicht werfen wischen du da würde ich töten hallo julie ich bin ganz normal hast du auch oft geschossen ja die sind beide warum ist er umgefallen ich ich schwöre ich hab dem nix zu tun wurde aber jetzt letzte zweimal confirmed der eine among the zombie ist da erschossen worden oder das sind buchstaben auf der map was bedeutet das sind die bombenplätze für eine cs map a und b am boden des pools warum werde ich dann immer noch beschossen wenn ihr es gesehen habt das ist eine gute frage warum werde ich von allen beschossen ich habe getroffen oder ich habe doch wenn sie die ist warum wurde ich überhaupt angeschossen sie beobachtet haben über lui getötet dass der eine fette traiter waffe der hand hatte weil ich maro getötet habe ich habe einen traiter gekillt und es gibt keinen jakal mehr das wissen wir noch nicht doch das gibt es doch nicht du schwein oder kommt er noch mal wieder dann warte dann warte dann warte der kommt noch mal wieder warte mach keinen quatsch geh um die ecke ich sehe den ich sehe seinen körper von hier aus ich sehe seinen körper auch und er ist ganz schön mausetot lebt noch einer den wir vergessen haben warte mal bevor wir uns jetzt töten ich gucke jetzt hier alle klos durch dann wir können ja die leichen konfirm eines ich habe nämlich keine ahnung wo schoschi ist schoschi war nämlich vorhin auch noch mit im bart von wo mel gestorben ist julie war noch mal jakal dann haben die aber eine gute chain gemacht julia da ist noch wer wer ist es wer ist es ich mag das nicht das ist schoschi du da war aber knapp dass du mir diesmal vertraut hast ich baller aus spaß über smeggy in dem moment werde ich zum sidekick geballert und er denkt ich wollte dich über den umbringen in dem moment ja weil die waren beide in dem raum denkst du ernst mit der necke würde ich dich nicht treffen ja dich hol ich mir als du am ende angefangen hast so zu ja aber es ist noch ein anderer und da dachte ich okay jetzt ist es ja sorry maxi ich dachte in dem moment du bist der letzte also julie hatte ich nicht mal also julie war so das war die hatte rotes rote hp da habe ich dann ich dachte mir oh dankeschön das war ein toller schlag rotes haar ich dachte mir aber auch was ist dein plan du bist der letzte maxi ich wollte einen sidekick schießen 17 Jahre rotes haar das war einer zu viel im gang aber diesmal hole ich es einfach direkt was holst du direkt random damage ich bin dete das ist cool und nach meinem glück sterb ich an meinem eigenen damage maxi ist am shoppen kann das überhaupt passieren random damage ich kann nicht mal shoppen das waren die julie warum bist du hurt weil wegen random damage hör doch mal zu weil wegen random damage vom spawn aus im rechten klo wurden kristall zerstört das ja für dann muss das klär gewesen sein ist da grad wer rausgekommen ist grad auf poolseite wer rausgekommen der ist nicht auf spawnseite rausgekommen hä die ist doch julie herzlich willkommen ne 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 was ist das jetzt hallo du schwein herzlich willkommen zu dieser poolfahrt die haben noch einen sidekick geschossen ich bin noch sidekick geworden ich wurde noch befördert da ist es ich hab zwei sidekick geschossen ich bin so man von aber er hat die trailerfalle aktiviert ja nischt ist er ja nischt warum seid ihr da reingekommen weil da werden kristall zerstört habt ihr gedacht den kriegt er weg da ist jemand gestorben zwei jackals sind tot nein jetzt gerade die frage ist sind es zwei jackals oder ein jackal und ein sidekick jackal und sidekick sind tot ich muss ja nicht ich hab keine ahnung was da passiert ist es war ein doorbuster und ich glaube der war von julie es waren zwei jackale julie hat nämlich die tür zugemacht du denkst du kannst dich noch einmal drücken du schwein ich lass dich rein komm ich lass dich rein kannst du dir mal angucken wenn du dich traust das ist offen ich schieße auch nicht ich schon nein ich schieße auch nicht versprochen ich schieße nicht warte es gibt ein problem ok würdest du wenn du reinkommst links um die tür rum laufen oder ist das doof na ich geh jetzt wieder weg achso jetzt gehst du das wäre doof na guck dann geh wieder raus du musst mit e mit e lass mich raus ohne zu sterben bitte auf mich da rein zu hieten ok beim nächsten mal warum schießt du denn auf mich ich hab überhaupt nicht auf dich geschossen jawohl du warst der einzige der da hinter mir war eben ich bin grad erst mal cool drauf ey boah wollen wir mal was richtig cooles machen ich glaub am spawn ist wer au am spawn ist wer ja glaub ich ok seid ihr alle da da nicht ihr dürft ihr nicht töten knechte bist du am spawn das ist ein boom buddy nein bist du am spawn du musst keine leiche confirm ich bin auch gleich am spawn trust ok was machen wir da nur knechte soll dahin tötet ihn nicht ok ich bin der letzte inno oder ja du bist der letzte inno knechte kannst du zum spawnen ich wills versuchen ich hab crowbar in der hand ok haha scheiße ich hab mich ich hab mich teleportiert also ich war ich hab nix gesehen ich hab mich mit origin geportet das sollte ein teleport kWh werden ich mein wir können noch verlieren ok wie denn soll ich uns jetzt umbringen oder was komm den hau ich mit der crowbar um jetzt der hat nix mehr äh ich hab vorhin keine Schuss mehr der ist fast tot komm hier er läuft schon weg haha gut job team knechte tötet mich einfach gute Runde aber knechte hast du nicht bemerkt dass du possessed bist dass dein Magazin die ganze Zeit leer war oh mein Gott ich hab mit dir Assi in dir mal zwei Leute getötet und du hast es gar nicht gemerkt und vorhin irgendwie die die das es die 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 ich 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 die ich Bis zum nächsten Mal.